Herzlich Willkommen zur nächsten Folge MBDry mit Sven und mir. Sven. Hallo. Alter, ich hab schon den 0 zu 7. Fuck. Ich join rein sofort tot. Also ich war schon drin. So, erstmal O&P hier gespielt, oder? Oh man, ich hasse den Typen echt. Lass mal sehen. Loll, Imanet, 77 zu 0. Schon. Schon. Schau mal, wie oft wir gestorben sind, 26 und 11. Fuck. Holy shit. Fuck, man. Oh mein, der hat uns allen Herzog gegeben. Okay, Leute, ihr seht es hier hin. Zieht euch das rein. Oh mein Gott. Wie polösst er einfach hackt? Warm, ich hab ihn, oh lol. Der hat eine kugelsichere Weste an. Und da oben ist ein, da oben ist ein UAV. Alter. Ich hab's verscheucht. Ich hab's verscheucht. Ich hab's verscheucht. Oh, er fickt dich. Der Mütter verscheucht mich mit ihrer Anwesenheit. Ähm, was? Oh Gott, da hat wohl jemand gerade ein Käppig. Die haben alle sowas von ein AIMBOT drin, das ist echt übel. Oh, der ist weg. Fuck. Sieh euch das rein, Alter. Alter, der macht, der Triple Kill, ganz genau. Lol. Ey, nee, das gibt's nicht, oder? Nee. Der hat ein 97 zu 0. Das ist doch, das ist doch super nötig. Das macht es dem überhaupt noch Spaß. Der hat 99. Der kommt jetzt her, der kommt jetzt her, ich weiß ganz genau. Oh man, ich hab beinahe mein erstes Kilo, dann kommt immer der. Nein, der kommt ein anderer von hinten, ne? Und snackt mich einfach weg. Ich weiß hier, das gibt's nicht. Der Fluch, das scheiße. Alla, wie hat euch denn noch auf den Traufballern? Oh, ich hab ihn getötet. Ja, nachdem ich 200.000 draufgefallen hatte. Yeah. Oh man, im Alla. Nein, das war von Stalin, dieser Held. Der hat 107 Kills. Innerhalb von 8 Minuten. 110. 8 Minuten. Ja, ich weiß, schau dir mal schon an, das Spiel ist schon gleich wieder vorbei. Der Typ ist scheiße. Der Typ ist schwul. Der ist echt schwul, verfluchte Scheiße. Stirb doch endlich ein Headshot, mein erster Kill. Endlich. Fuck. Ich glaub, hätt ich RpG-Werchen jetzt nehmen, was ich hab' können. Jawohl, Zweiter Kill. Und von ihm hat es von hinten. Headshot, was auch sonst. Ich hab nur einen einzigen Kill. Gibt's da? Ah, ich hab zwei. Die sind halt nicht besser. Fuck. Dieser immer dead. Auf den kriegt man nicht von der Krassion. Die haben alle aimbot, die haben alle aimbot. Ich glaub, das ist ein Hackerserver. Jawohl, Tritt Hackel, aber sofort wieder Tote. Aber scheiße drauf. Die haben alle aimbot, Alter. Ich glaub, das ist ein Hackerserver. Und immer dead. Nein, bei mir. Ich hab' mir eh Play. Emo Play. Ja, Emo Play hat auch. Emo Dead Headshot, naja. Alter. Ganz klar, ne, ganz klar. Gott ist für die dümmste Runde, die ihr je gesehen habt, war wahrscheinlich die kürzeste. Ja, oh ja, holl, ich hab' meine Granaten noch jemanden weggegeben, gesnackt. Meine Todeskunde, ne, ne, was lädt der Junge überhaupt noch nach? Der ist nie gestorben, was lädt der? Oh, 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 die Runde ist schon wieder vorbei. Ne, wir nehmen noch eine auf. Ja, wir nehmen gleich noch eine auf, aber wechseln den Server. Nein, deutlich. Hier seht ihr den E-Made und mich, ich bin der letzte Kiel, ne, 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 ich doch nicht. Hat Allegi Kiel seht ihr ab. 138 zu 0. Mhm. In 5 Minuten oder 10 Minuten. Also Leute, seht ihr ja, das passiert, wenn ihr aimbot habt. Niemals machen niemals. Ihr seid nur erbärmliche Besorgen. Ich muss ja kurz ne, ich muss ja kurz ne Pause machen. Mein Bruder wird es dann, also wird zusammengeschritten. Bis dahin, wir sind gerade NW3 abgeschnitten. Hallo Leute, wir sind jetzt zurück hier nach einer kleinen Unterpressung, nach dem unseres NW3 abgeschmiertes. Und es geht weiter auf Arkaden, wir sind auf einem anderen Server. Da der andere von Hackern, beschmutzt wurde. Zugemülde war. Attack Defense. Attack. Okay, es ist voll. Wie ist voll Attack? Ist voll. Fuck, dann sind wir wieder Gegner. Und man kann seine eigene Waffen nicht nehmen. Ja, aber das ist doch wirklich geil. Gibst du ja nur OP? Wie sich das Spiel hier einfach spielt? Lauf mal einfach, renn einfach mal. Mit welcher auch so spielst du? Ich spiel mit der PM9. Echt auch. Oder Secondary. Warum was ist denn, wenn man da läuft? Was passiert? Ja, lauf doch mal und seh selbst, wie du es sich anders anfühlt. Warum soll es sich anders anfühlen? Und der Nebel ist auch weg und alles. Ja, der Nebel, was riecht auf? Dum 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 dum. Irgendwie habe ich den, glaube ich, schon hohen Ping. 58. Schleck hier leicht, glaube ich. Boah, geil, jetzt habe ich schon ein UAV. Fuck. Hey, wieso werde ich von meinen eigenen Teammates abgeschossen? Ja, scheiß drauf. UAV. Ich glaube, die MP9 ist besser als die PM9. Und ich denke auch, dass Red Dog besser ist als Holo. Oh ja. Fuck. Fuck. Von Zine Kevin wurde ich umgebracht. Fuck. Und ich. Timmer. Timmer. Hat den Helikopter zerstört. Go. Gobbles. Daumai. Der True-Tan. Der True-Tan. Erinnert sich nur an Gobbles. Den True-Tan von Timmer. Boah, einfach mal zwei Gemäste. Aber die bin ich noch nicht begegnet. Okay, tommerweise. Ey, und ich muss sagen, die Klassen sind Luper. Ja, cool, jetzt habe ich schon ein Care Package. Und dem sein Care Package snackt nicht mehr. Ein IMS. Leumann. Geil. Ich war kackig, gerade richtig übel, man. Richtig übel. Boah, jetzt habe ich noch ein Care Package für mich. Care Package on the way. Care Package on the way. Ballert den scheiß Auspray runter. Geil, jetzt habe ich noch eine Sentry Gun. Würde ich mal sagen. Oh mein Gott, erstmal schneller holen. Oh mein Gott. Lol, wer ist das denn? Sieben, kämpft, m, m, v, a, x, fuck you. Du hast meine Sentry Gun getötet, du wirst auch getötet. Und zwar sowas. Ah, 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 ah. Alter, dass mir meine Methode nachgebracht. Was für die Methode, Alter? Ja, das Campen dort. Das habe ich von dir immer gemacht. Nein, hast du nie. Doch, aber nicht, wo ich mit dir gespielt habe. Ja, ja, da, wo ich mich auch so einig von mir. Nee, da habe ich dir wie erzählt habe, wie ich Henry weckesnickt habe. Nee, ich hatte schon davor gemacht. Oh mein Gott, mein Ping steigt hier ziemlich schnell hoch. Gut, das kann ich nutzen. Ich lege schnell, lauf. Ich lege so übertrieben. Dabei hast du nur einen 130er Ping. Oh mein Gott. Ah, wo du es sogar weg bist, ne? Oh, cool, das G36C ist nämlich mal mal kurz. Okay, danke. Oh mein Gott, das kann man nicht spielen. Ich bin tot. Ich warte, bis ich das hier ein bisschen eingefunden hat. Nee, 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 so geht es eindeutig nicht. Oh yeah. Was sagst du, du bestehst irgendwo? Nee. Aha, ich bin... Nee, Mann, 214 Ping, 227, 276. Elbzor, welche die dümmere Internetverbindungen haben als ich. Obwohl es 100 MB-Verbindungen sind. Es ist keine 100 MB, 54. Echt? Ich dachte, das ist eine 100 MB. Nein. Siehmann hat angeblich eine 100 MB-Verbindungen. Na, das glaube ich ihm aber nicht. Das war auch fair. Also da will ich ihn nicht mal bestuldigen. Ach, ein fucking Hacker. Lutsch meinen Arsch. Äh, weg mich nochmal. Oh, genau, meinst du nicht. Fuck, dieser Helikopter, den muss jetzt jemand runterholen. Helikopter, 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 ist fast zu gut wie Juggernaut, Juggernaut. Fuck, der Helikopter kommt auf mich. Fuck, der Helikopter, schlägst dich in die Ecke und bist du... Boah, dieser Timmer hat ihn runter. Ja, der Timmer hat ihn runter. Timmer, he. Also, ich kann nicht die Gameplay nennen, weil die Gobbles und so. Gobbles, 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 Gobbles ist einfach der Geist. Ich hab' ja das Volk mit den Leuten. Ich hab' jetzt 50 Leute. Es gibt 3 Millionen verletzt. daresit dazwischen Start gar nicht so gut... Ach, der ist respect-rechtlich Since 1979, wie ich... Hein, ihr Mixone, verletzt. aufgecustionen abweg, oder告shesend speziales ein Ding nach dem anderen der 1 40 zu 4 wollte gerade jemand gehen und hat er mir direkt von der Nase weggesnackt MPs sind einfach die Geilste machen oder auch nicht die nur feindlich was eigentlich freundlich dies freundlich ja ich hab den Markt getötet Martin Moor hat mich nicht erwischt wie die Moor-Pathie hat es schon gestorben ich bin gerade gestorben Gott für die Einstattung eingeschränkt ist nicht wahr ich habe jetzt jetzt wird garantiert mein Kärpick ist oben auf dem Hochhausland A er will ja ja bis 1 nur und bin gerade gestorben und bin jetzt bei dir ja ich bin bei den Losern ich bin der beste äh stimmt und ich lege ziemlich stark der Krieg das da war das meint das durchfällt ich hab die externe externe die externe Festschritte vergessen anzuschließen und deswegen äh deswegen ja und deswegen ist schon mein erster Fass meine HDD zugemüllt muss ich sofort nach der Auffassung der Externe einfach dran angeschlossen ja aber ich kann hier nicht während der Aufnahme holen und ich hab's vergessen in der Pause zu holen Stierfurt Wexer Alter wie lebt die alle in deinem Team sind das ist meine Devise wenn ich nicht gerade mit einem Headshot getötet werde wenn das welche wenn nicht wer was hier U C Z kill U C Z kill U C Z kill ich lege mich jetzt mal hier hin und schau wenn jemand kommt bringt if anybody comes to me ah ich hiete mir ein voll ist die Beine da das bin ich gewesen ich hab die folge geziebt Teabagg 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 LOL Wir sind ein Nap forever Ich ist voll der Nap Forever Das war ein Wortspiel Ein fucking Wortspiel sah ich dir Wer redet LOL Gibt es denn eine MP7-Klasse? Wieso ballen die alle mit dem MP7 rum? Was keine MP7-Klasse gibt Hä, hier gibt es doch aber gar keine Wie können die dann damit rumballern? Oh mein Gott Vielleicht muss man auf dem Server erst seine Waffen freispielen können durch Punkte Ich kill es Was habe ich jetzt für eine Waffe? Ich habe eine AKI-Git Ich habe es mit der Schrotflinte Aber ich spiele mit Handpistole Das kann besonders gut Ah, wie geil Habt ihr das gesehen? Das zieht mir nach Hannover Reindecke Denkild dient sich mit nach Hannover Reindecke Ne, 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 ne Ne, das war so geil, der Kirche Schau, ich hatte so Raketenwerfer Ich wollte schon mal jetzt zweiter Fall bei der Schrotflinte Raketenwerfer läuft direkt einer vor mir wechselt zu Schrotflinte und schließt den Kratz voll die Fresse Das war der Decke weicht geil, Mann Oh Gott Hey los, warte PP90 Lass mich nicht im Stich Nein, du hast mich im Stich gelassen Walter Alter Walter Walter Wir haben noch Chancen zu gewinnen Vor allem in diesem Hackadar Diesen Nap for Ever Weil der voll Nap ist Und Kuba Der Kuba ist auch voll der Hacker Ich, ich begegne dem Headshot Mal wieder auch Ich bin noch nie begegnet dem Kuba Er ist ein Go Oh, Enemy Strayfran Oh, da habe ich jemanden ge- mit der Dingens geflasht Da ist also jemand Keine Ahnung Fliegt auf dem Boden Auf der Lauer Oh Auf der Lauer Auf der Lauer Ich geh Steht der kleine Adrian Oh, ich zeig mich auch mit Schrotflinte Weiß er meine Pumpgun-Künste Wenn du die letzte Folge die ihr hier hochgeladen habt gesehen hast Kennst du ja noch meine Pumpgun-Künste Ja Und du hast sie verflucht Ja, Alter Autonube Schrotflinte oder was Ja, Mann Voll weg ist nicht Lol Und da hat sie nicht Auf einer und wird gerade eine Granate wert Das kannst du haben Ah fuck Nein Verfluchter Kuba Schon wieder Nein Nein Ich bin dem noch nie begegnet Vielleicht gleich, aber Jetzt noch nicht Juhu Und von Poncho Na for ever echt Poncho Na for ever Das geilsten Damit meine ich die unmaitysten Vollidioten Die sind mir für die Kinderknutsch Oh, ich mag das, wenn ich den einen Schrotflinte Richtig Richtig Fett, das ist aggressiv Ach, ha, 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 ha Ich habe eine aggressivige Bitches Und weißt du jetzt, mach ich chill mich da hinten hin und kann champen und müssen Gegen Hacker kann man Gut, da kommt jemand von oben, nur so Ja, ich weiß Gegen Hacker kann man nur champen Warte, ich komm zu dir und champen mit Und da muss man einfach What the fuck mega net Da, dass man da wieder spawned hinwerfen Wenn man die Schrotzenklasse hat Du hast ihn mit dem Raketenwerfer deckt Ja, ha Und ich werde dir ab die ERP 7 Hier, da musst du dieses Responding dahinwerfen wie ich Wenn du nicht gerade weggesnackt wirst Wurst du weggesnackt? Ja, nein, nein, wollte ich nicht Ich habe jemanden weggesnackt Gott, hat man den auch hingelegt Kann ich deinem Raketenwerfer kann ich da nicht rumschießen, oder? Ja Ja, ich habe Kuba weggesnackt Kuba echt jetzt Wow, ein Applaus für Für diesen Pro Sven Ja, Mann Ja, ja Ja, gibt es mir Wo sind die Bitches? Wo sind die Bitches? Da oben ist jemand Oder oben ist einer Ja, mit der Schrot snackt Kuba wieder Der weiß, dass wir hier sind Ah, Sven Rutschmalen festsag Ja, und? Ich habe kein Platz Da oben war Kuba, Junge Der Schamke runter Der Schamke runter Hast du ihn? Oh, das war Poncho Nein, das war Poncho Hey, cool, ich habe hier weg Fuck Fuck Fuck, ich habe hier weg Ich habe hier weg Das ist Kuba Keine Ahnung, es ist in zwei oder so Jungs, das ist vor uns doch hier wieder, oder? Ja, es wurde aber weg Ich wurde weg Ich wurde weg, dann bin ich wieder respawn, aber ich habe hier weg Fuck, ich habe keine Waffen mehr Ja Ich muss mal hier leben Fuck, ich komme zu dir, ja Fuck, ich habe keine Oh, fuck Fuck, ich bin tot von Kuba Ja, ich habe Kuba voll Payback gegeben Oh ja Ja, ich sehe dich Sven, hallo Sven Hallo 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 Ich habe voll den letzten Kill gegeben Nee, gar nicht Ja, das ist von dem Gegner Team die Kill, Sven nur gezählt, von dem die gewinnen Aber ich habe Kuba nochmal voll weg genutzt Schon mal wie schlechte KD-Dates bekommen Ja, Sven Ich habe mindestens fünfmal gekillt Sven Imaginares High Five Yeah Gut, das war es schon wieder mit der Folge, man sieht sich bis zum nächsten Mal Tschüss Von der